Notre-Dame ist die Ruine eines Benediktinerinnenklosters in der französischen Stadt Soassange. Geschichte Die Abtei von Notre-Dame wurde unter den Merovingern zwischen 659 und 666 gegründet und wurde später Karolingische Reichsabtei. Gisela, die Schwester Karls des Großen, war hier Äbtissin und seine Tochter Rothode Nonne. Eine bedeutende spätere Äbtissin war Katharina von Bourbon, die Tante Heinrich IV. Unter Kaiser Ludwig dem Frommen wurde das Benediktinerinnenkloster Notre-Dame zu Soassange Mutterkloster der Reichsabtei Herford, während die Benediktinerabtei Corby Mutterkloster der Reichsabtei Corvay wurde. Das einstmals umfangreiche Abteigelände umfasste drei Sakralbauten, die Abteikirche Notre-Dame sowie die Kirchen St. Pierre und St. Genevieve. Weiter war die Abtei berühmt für ihre Reliquiensammlung, darunter den Schuhmarins. Im Zuge der Französischen Revolution wurde die Abtei aufgehoben und abgerissen. Das ehemalige Abteigelände von Notre-Dame erstreckt sich im heutigen Soassange vom Platz an der Kathedrale, dem Postamt sowie dem Justizpalast bis zum Ufer der Eisne. Erhalten haben sich von den Sakralbauten lediglich ein Stück des nördlichen Querschiffes der Abteikirche mit zwei ornamentgeschmückten romanischen Fenstern sowie die zwei westlichen Joche des Langhauses von St. Pierre, die heute als Ehrenmahl dienen.